Diesen Sommer sind wieder einige unglaubliche Wechsel getätigt worden. Allen voran Ronaldos Comeback in Manchester und Messis Wechsel nach Paris. Doch diese beiden Wechsel sind nicht in der heutigen Liste mit dabei. Es geht heute um die teuersten Transfers im Fußball, die jemals getätigt wurden. Lass uns gar nicht lange reden, sondern mit der Top 10 beginnen. Auf Platz 10 befindet sich Eden Hazard. Als Real Madrid ihn 2019 von Chelsea abgekauft hat, bezahlten sie ganze 115 Millionen Euro. Ein Wechsel, der sich bislang ganz und gar nicht rentiert hat, weil Hazard nicht in Fahrt kommt. Der Belgier hat in 46 Spielen nur 14 Scorer-Punkte sammeln können. Auf Platz 9 haben wir wieder einen Belgier. Diesmal ist es Romelu Lukaku. Die Blues überwiesen Inter Mailand ganze 115 Millionen, um das Comeback des Belgiers verwirklichen zu können. Wird er diesmal in London einschlagen können? Das wird sich zeigen. Auf Platz 8 haben wir dann Cristiano Ronaldo. Dabei ist aber nicht sein Wechsel zu Manchester United, sondern sein Wechsel zu Juventus Turin so teuer gewesen. Die Turiner überwiesen 2018 Real Madrid ganze 117 Millionen Euro, um den Portugiesen in ihren Reihen zu haben. Nun, drei Jahre später, hat er den Verein im Alter von 36 Jahren wieder verlassen. Den ganz großen Sieg mit dem Champions-League-Titel konnten sie nicht erreichen. Auf Platz 7 haben wir wieder einen frischen Wechsel aus diesem Sommer. Die Rede ist von Jack Grealish, für den die Citizen ganze 117,5 Millionen Euro auf den Tisch legten. Ungefähr zeitgleich mit diesem Wechsel gingen Messi und der FC Barcelona getrennte Wege. Wäre das der Moment gewesen, Lionel Messi ablösefrei in der Premier League zu sehen? City mit Pep Guardiola und Messi gegen United und Ronaldo. Doch nun haben sie Jack Grealish verpflichtet und wir werden sehen, wie er sich schlagen wird. Auf Platz 6 haben wir Antoine Griezmann. 120 Millionen Euro haben die Katalanen für den Franzosen auf den Tisch gelegt, doch es hat sich nicht rentiert. Nach nur zwei Jahren hat er Barca wieder Richtung Atletico Madrid verlassen. Mal schauen, ob er dort wieder zur alten Stärke findet. Auf Platz 5 haben wir einen Wechsel von Atletico Madrid. Die Rede ist diesmal von Joao Feliz. 2019 überwies Atletico für den damals 18-jährigen Feliz unglaubliche 127,2 Millionen Euro an Benfica. So ganz konnte er die Erwartungen bislang leider nicht treffen. In 76 Partien netzte er 19 Mal selbst und legte neun Treffer vor. Auf Platz 4 kommen wir dann zu Ousmane Dembélé. Als er von Dortmund zu Barca wechselte, bekam Dortmund ganze 135 Millionen Euro aufs Konto. Während er in Dortmund alles kaputt gespielt hat, konnte er im Barca-Trikot nicht so wirklich in die Fußstapfen von Neymar treten. Auf Platz 3 haben wir die gleiche Summe wie für Dembélé. 135 Millionen Euro überwies Barca, nämlich im gleichen Jahr auch noch für Philippe Coutinho. Auch er konnte die Erwartungen nicht ganz treffen und hier zeichnet sich etwas ab. Griezmann, Dembélé und Coutinho. Drei der teuersten Transfers, die jemals getätigt wurden, sind von Barca und es sind drei Wechsel, die bislang nicht wie erwartet aufgegangen sind. Auf Platz 2 haben wir Kylian Mbappé. Nachdem er in Monaco überzeugt hatte, bezahlte PSG ganze 145 Millionen Euro, um ihn zu verpflichten. Auch wenn der Champions-League-Titel bislang nicht gewonnen wurde, stehen die Chancen mit dem diesjährigen Kader ganz gut. Wie es scheint, verlässt Mbappé aber nächste Saison nach vier Jahren PSG und sein neuer Arbeitgeber wird aller Wahrscheinlichkeit nach Real Madrid. Und auf Platz 1 dieses Rankings haben wir Neymar. Nachdem er im Barca-Trekot und vor allem im MSN-Trio überzeugte, bezahlten die Pariser ganze 222 Millionen Euro und brachen schon 2017 diesen Rekord. Bis heute ist er der teuerste Wechsel im Weltfußball. Der mittlerweile 29-jährige Neymar hat seinen Vertrag bis 2025 bei Paris verlängert und möchte dieses Jahr sicherlich die Champions League mit Paris gewinnen. Als Unterstützung dafür haben die Paris-Verantwortlichen ordentlich etwas dazu eingekauft. Ein Transfer, welcher auch nie so wirklich aufging, ist Emre Mohr. Hier links haben wir euch ein Video verlinkt, wo wir zeigen, was aus ihm heute geworden ist. Lasst euch überraschen und bis zum nächsten Sonntag bei der Fußballtalk. Ciao.